So, hallo, moin moin, hier ist wieder der Jörg von YouTube-Kanal Jogler66, Hour of the Truth oder Stunde der Wahrheit, wie das im Deutschen heißt. Heute mit einem neuen Video im Kapitel 5, Bräuche und Zeremonien, im letzten Abschnitt dieses Kapitels, das heißt das Zeichen des Kreuzes, aus dem Buch von Alexander Hislop, von Babylon nach Rom. Warum? Da haben wir ja jetzt schon eine ganze Menge gesehen und im Augenblick bin ich ganz am Ende auf Seite 181, also der größte Teil des Buches ist inzwischen gelesen. Und ich werde versuchen, das Buch in ziemlich zügiger Zeit jetzt zu Ende zu bringen, weil ich freue mich schon auf das nächste, was ich mir vorgenommen habe, euch da zu bringen, wenn dieses Buch gelesen ist. Ich habe so viel geplant, deswegen kann es eigentlich gar nicht schnell genug gehen, aber man muss den Menschen ja auch ein bisschen Zeit geben, dass es einsinkt ein bisschen. Also heute jedenfalls, die Aufnahme passiert am 17. Juli 2016, wann ich das als Video hochlade, weiß ich noch nicht, weil ich habe noch so viele andere, die ich hochladen muss. Lese ich also jetzt das Zeichen des Kreuzes, Abschnitt 6 in Kapitel 5, am Ende von Seite 181 im PDF, für denjenigen, der gerne mitlesen möchte. Noch ein weiteres Symbol des römischen Gottesdienstes verdient Beachtung, nämlich das Zeichen des Kreuzes. Es ist bekannt, dass das Kreuz, ob als Symbol oder als Denkmal, von höchster Bedeutung ist. Kein Gebet kann gesprochen, keine Anbetung vollzogen, beinahe kein Schritt gemacht werden, ohne die häufige Verwendung des Kreuzeszeichens. Das Kreuz wird als das große Zaubermittel, als die große Zuflucht in jeder Zeit der Gefahr betrachtet, als das unfehlbare Schutzmittel vor allen Mächten der Finsternis in jeder Stunde der Versuchung. Das Kreuz wird mit all der Huldigung verehrt, die nur dem Höchsten gebührt. Und wenn es jemand in der Höheweite eines echten Katholiken mit dem Begriff der Schrift als Fluchholz bezeichnet, so ist dies eine tödliche Beleidigung. Es ist einfach absurd, eine oberflächliche Ausflucht und eine Anmaßung zu sagen, dass ein solch abergläubisches Gefühl für das Zeichen des Kreuzes, eine solche Verehrung, wie sie Rom für ein Holz- oder Metallkreuz pflegt, je aus dem Wort Paulus entstand. Wir lesen hierzu im Brief der Galater, Kapitel 6, Vers 14, Zitat Von mir aber sei es fern, mich zu rühmen, denn allein des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch welches mir die Welt gekreuzigt ist, und ich der Welt, Ende Zitat. Das heißt, der Lehre vom gekreuzigten Christus. Die Zauberwirkungen, die dem sogenannten Zeichen des Kreuzes zugeschrieben werden, die Verehrung, die ihm zuteil wird, kamen nie aus einer solchen Quelle. Und hierzu möchte ich eben nochmal etwas anderes anmerken. Das Kreuz war das Mittel, das Mittel, mit dem unser Herr getötet wurde. Sich ein Kreuz umzuhängen oder sonst wie anzubeten oder sich sogar auf den Tempel Gottes seinen Leib tätowieren zu lassen, weil die Bibel sagt deutlich, sich nicht tätowieren zu lassen, wir lesen das in Leviticus, also das dritte Buch Mose, Kapitel 19, Vers 28, Zitat Ihr sollt keine Einschnitte an eurem Leib machen für eine abgeschiedene Seele und sollt euch nicht tätowieren. Ich bin der Herr, Ende Zitat. Also sich ein Kreuz umzuhängen oder sonst wie anzubeten. Hatte ich gerade gesagt, ja. Und auch im Neuen Testament, also nachdem ich gerade Leviticus vorgelesen hatte, auch im Neuen Testament finden wir im 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 3, Zitat Also um den Satz jetzt nochmal ohne die Zitate zu lesen, wie gerade nochmal versucht. Sich ein Kreuz umzuhängen oder sonst wie anzubeten, ist dasselbe, wie sich einen elektrischen Stuhl, eine Guillotine, eine Axt oder ein anderes Mordgerät umzuhängen. Jesus' Tod am Kreuz war wichtig, nicht die Methode, mit der er getötet wurde. Man sollte hier auch immer das zweite Gebot bedenken. Im Buch Exodus, also im 2. Buch Mose, Kapitel 4. Äh, Quatsch, Kapitel 20, Vers 4. Hab vergessen hier das Kapitel beizuschreiben. Also es ist 2. Buch Mose, Kapitel 20, Vers 4, Zitat Du sollst dir kein Bildnis, noch irgendein Gleichnis machen, weder dessen, das oben im Himmel, noch dessen, das unten auf Erden, noch dessen, das in den Wassern unterhalb der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifriger Gott, der daheim sucht, der Väter missetat, an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen. Und tue Barmherzigkeit an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Ende Zitat Also 2. Buch Mose, Kapitel 20, Verse 4 bis 6. Und da eben nochmal angemerkt, Kapitel, äh, also Vers 4 und 5 wird oftmals gelesen, Vers 6 wird dabei oftmals bei vergessen. Und den finde ich doch sehr wichtig. Schließlich sagt er, dass der Herr Barmherzigkeit tut an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Also er spricht nicht nur von der Strafe, wo er diejenigen heimsucht, der Väter missetat, an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen, sondern er sagt auch gleichzeitig, welche Gnade und Barmherzigkeit er den vielen Tausenden gibt, die eben ihn lieben und seine Gebote halten. Das sollte man immer hinzufügen. Es passiert ja so oft, dass Menschen die Bibel zitieren und dann einen Vers rausreißen und der ist im Grunde dann oftmals aus dem Kontext genommen. Deswegen lese ich immer gerne ein paar mehr als nur der eine zitierte Vers vor, dass man das eben auch im Zusammenhang erkennen kann. Jedenfalls sollte hieraus deutlich geworden sein, dass die Verehrung, die dem Kreuz zuteil wird, niemals aus der Quelle der Bibel, also aus dem Wort Gottes selbst kommen konnte und kann. Und Alexander fährt fort, das gleiche Zeichen des Kreuzes, das Rom jetzt verehrt, wurde in den babylonischen Mysterien verwendet. Es wurde vom Heidentum zu den gleichen magischen Zwecken verwendet und mit den gleichen Ehren bedacht. Das hört gut zu. Was jetzt als das christliche Kreuz bezeichnet wird, war ursprünglich ganz und gar kein christliches Wahrzeichen, sondern das mystische Tau der Chaldea und Ägypter, die ursprüngliche Form des Buchstabens T, die Initiale des Namens Tammus, des Kindes von Semiramis, das sie so gesagt bekommen hat, nachdem sie durch die Sonne geschwängert war, als ihr Mann Nimrod getötet war. Der wiedergeborene Sonnengott Tammus. Im Hebräischen grundsätzlich wie im Alt-Khaldeischen fand man es auf Münzen, wie unter Nummer 1 in der Abbildung Nummer 43, die ich hier in das Video einblende, deutlich zu sehen ist, und im heterurischen und koptischen wie unter den Nummern 2 und 3. Dieses mystische Tau wurde bei der Taufe auf die Stirn derjenigen gezeichnet, die in die Mysterien eingeweiht wurden und in jeder erdenklichen Weise als ein höchst heiliges Symbol verwendet. Nun, auch heute, bei der heutigen katholischen, babylonischen, satanischen und unbiblischen Kindertaufe, wird dem Kind das Kreuzzeichen auf der Stirn mit Wasser nachgezeichnet. Das heißt, das ist abstammend, wie wir gerade eben gelesen haben, aus den babylonischen Traditionen, dass man eben hier, wie der Autor gerade eben gesagt hatte, dass dieses Symbol verwendet wurde, bei der Initialisierung der Menschen in den babylonischen Glauben hinein. Da kommt das her. Weil ich mein Kind christlich taufen lassen will, dann warte ich, bis es den Verstand der Bibel selbst hat und selbst unterscheiden kann zwischen Gut und Böse und selbst Christus angenommen hat. Und dann lasse ich ein Kind taufen oder, besser gesagt, den dann wohl schon eher Erwachsenen. Kindestaufe ist unbiblisch. Und die Taufe, die Wassertaufe, nicht die Träufeltaufe, die die römisch-katholische Kirche vollzieht, sondern die vollständige Taufe durch das Untertauchen vollständig in das Wasser, ist nur ein Zeichen dessen, dass wir im Geist wiedergeboren sind. Es ist ein Zeichen dessen, nach außen, um das zu bekunden. Aber die Taufe selbst erlöst uns nicht. Um Tammus mit der Sonne in Verbindung zu bringen, wurde es manchmal an den Sonnenkreis angeschlossen, wie unter Nummer 4 in der Abbildung, die ihr immer noch seht, hier Abbildung 43. Manchmal wurde es auch, wie bei Nummer 5, in den Kreis eingefügt. Ob das Malteserkreuz, das die römischen Bischöfe als Symbol ihrer bischöflichen Würde an ihren Namen anfügen, der Buchstabe T ist, mag bezweifelt werden. Jedoch gibt es anscheinend keinen Grund zu bezweifeln, dass dieses Malteserkreuz ein ausdrückliches Symbol für die Sonne ist, denn Layard fand es als heiliges Symbol in Nineveh in einer Verbindung, durch die er es mit der Sonne gleichsetzen musste. Das mystische Tau, das Symbol der großen Gottheit, wurde Lebenszeichen genannt. Es war auf die Amtskleider der Priester gezeichnet, wie auf die Amtskleider der Priester Roms. Es wurde von Königen in der Hand getragen, als Zeichen ihrer Würde oder ihrer von Gott verliehenen Autorität. Und hierzu werde ich dann den Holzschnitt eines Königs im nächsten Kapitel auf Seite 196 einfügen, dass ihr euch das anschauen könnt. Die westalischen Jungfrauen des heidnischen Roms trugen es an ihren Halskettchen, so wie es die Nonnen heute tun. Die Ägypter und viele der wilden Völker, mit denen sie Umgang pflegten, taten das gleiche, wie es die ägyptischen Denkmäler bezeugen. Über den Schmuck einiger dieser Stämme schreibt Wilkinson, Zitat, Der Gürtel war manchmal sehr verziert. Männer, wie auch Frauen, trugen Ohrringe. Und oft trugen sie ein kleines Kreuz, das an einem Halskettchen oder an dem Kragen ihres Kleides hing. Das war jedoch keine besondere Auszeichnung. Es wurde auch an die Gewänder Roten Noss angehängt oder auf ihnen abgebildet. Und Spuren davon kann man in den bunten Verziehungen Rebos erkennen, was zeigt, dass es bereits schon im 15. Jahrhundert vor der christlichen Zeitrechnung verwendet wurde. Wie wir auch hier in der Abbildung 44 sehen können, die ich hier einblende. 1500 Jahre vor der christlichen Zeitrechnung. Also was hat das Kreuz mit Christus zu tun, außer, dass unser Herr an dieses Kreuz genagelt wurde? Da kommt er noch zu, da das Kreuz das T des Tammus darstellt, des Sonnengottes, also im Grunde eine Personifizierung des Satan ist, das heißt, dass man den Gott an den Teufel genagelt hat hier. Damit wollte Satan deutlich machen, dass er Christus überwunden hat. Nur dadurch, dass Christus drei Tage nach seinem Tod wieder aufstand, hat er gezeigt, dass der Gott den Tod überwinden kann. Und ich hatte da ja bereits in Luther 20, 17 eine Menge Zitate zugebracht. Tod, wo ist dein Stachel? Unter anderem. Könnt ihr euch ja gerne mal anschauen. Also im 15. Jahrhundert vor der christlichen Zeitrechnung hat man das Kreuz bereits verwendet. Dann kann das Kreuz ja nur aus dieser Verwendung in das Christentum eingeführt worden sein. Und genau das ist eben der Punkt, dass wir hier sehen, wo die teilweise christliche Lehre herkommt. Dass sie eben babylonische Abstammung ist. Dass Tammus aus Babylon kommt, bezweifelt ja wohl niemand. Und das T, das Tau, das das T des Tammus bedeutet, kommt eindeutig aus Babylon. Also mit anderen Worten wieder einmal ein Beweis dafür, dass der Ursprung vieler sogenannter christlicher Symbole eben babylonischen Ursprungs ist. Und von daher rate ich auch jedem an, kein Kreuz oder irgendeinen Schmuck zu tragen. Der Schmuck, den wir tragen, ist inwendig und nicht auswendig, nicht nach außen. Und sicher keine Ohrringe, schon gar nicht für Männer, die man tragen soll. Es gibt kaum einen heidnischen Stamm, bei dem das Kreuz nicht vorkommt. Ja, wenn es überall bei den Heiden vorkommt, was hat das dann bitteschön bei wirklichen bibelgläubigen Christen zu tun? Das Kreuz wurde von den heidnischen Kelten lange vor der Fleischwerdung und dem Tod Christi verehrt. Maurice sagt, Zitat, es ist eine Tatsache, die ebenso bemerkenswert wie gut bezeugt ist, dass die Druiden in ihren Wäldchen den stattlichsten und schönsten Baum als Sinnbild der Gottheit auszuwählen pflegten, die sie anbeteten. Und nachdem sie die Seitenäste abgeschnitten hatten, befestigten sie zwei der größten davon an dem obersten Teil des Stammes, so dass diese Äste sich auf jeder Seite wie die Arme eines Mannes ausstreckten und zusammen mit dem Körper den Anblick eines riesigen Kreuzes boten. In die Rinde war an verschiedenen Stellen auch der Buchstabe Tau eingeritzt. Und in der Bibel lesen wir ja auch, dass anstatt des Kreuzes die Bezeichnung Baum gebraucht wird. Und hier erklärt sie eben dieser Ursprung. Es wurde in Mexiko verehrt, lange Zeit bevor die römisch-katholischen Missionare dort landeten. Große Steinkreuze wurden wahrscheinlich für den Regengott aufgerichtet. Dieses Symbol des babylonischen Gottes wird heutzutage in der ganzen weiten Wildnis des Landes der Tataren geehrt, wo der Buddhismus vorherrscht und die Art, wie es von ihnen beschrieben wird, bildet einen treffenden Kommentar dazu, wie Rom das Kreuz bezeichnet. So sagt Colonel Wilford in Asiatic Researches, Zitat, Das Kreuz ist, wenn auch nicht Gegenstand der Anbetung unter den Buddhas oder Baudhas oder Buddhisten, so doch ein beliebtes Sinnbild und Wahrzeichen bei ihnen. Es entspricht exakt dem Kreuz der Manikäer, aus dem Blätter und Blüten hervorgehen. Dieses Kreuz, das Blätter und Blüten und auch Früchte, wie mir gesagt wird, hervorbringt, wird göttlicher Baum, Baum der Götter, Baum des Lebens und der Erkenntnis und Fruchtbar genannt, in allem, was gut und wünschenswert ist und es wird in das irdische Paradies gesetzt. Vergleicht man dies mit der von Rom für das Kreuz verwendeten Ausdrucksweise, so kann man erkennen, wie genau die Übereinstimmung ist. Im Offizium des Kreuzes wird es Baum des Lebens genannt, und die Verehrer sollen sich folgendermaßen an es richten, Zitat Sei gegrüßt, o Kreuz, Siegesholz, wahre Erlösung der Welt. Unter den Bäumen gibt es keinen wie dich in Blatt, Blüte und Knospe. O Kreuz, unsere einzige Hoffnung, vermehre die Gerechtigkeit der Frommen und vergib die Vergehen der Schuldigen. Ende Zitat Nun, hier folgt jetzt eine etwas längere Note, also eine Anmerkung, eine Randnote des Autors, die ich euch eben auch nicht vorenthalten möchte. Und die fängt an mit dem Review of Epistle of Dr. Genetius Harvitt of Louvain, also Review of Epistle von Dr. Gentianus Harvitt von Louvain, Louvain Löwen, hier in Belgien, wo ich lebe, Seite 251a, eine der Strophen des obigen Kirchengliedes lautet im Original Obiges wurde übrigens von den Romanisten in der englischen Staatskirche in Versform gebracht und zusammen mit vielen anderen aus derselben Quelle vor einigen Jahren in einem Band mit dem Titel Devotions on the Passion, also Andachten zur Passion, herausgegeben. Der London Record vom April 1842 druckte folgende Kostprobe aus den Devotions, also aus den Passionen, aus den Andachten zur Passion ab, die von diesen Wölfen in Schafskleidern für Glieder der englischen Staatskirche bereitgestellt wurden. Zitat Ende Zitat Süß die Nägel, die dich, du süßes Holz durchdringen. Da muss man doch unwillkürlich an die Nägel denken, die die Hände und Füße unseres Herrn an das Kreuz nagelten. Was ist denn daran bitteschön süß? Was hat diese Kreuzverehrung überhaupt, bitteschön, irgendwo mit Christentum zu tun? Wir erinnern uns an das vorher gelesene Gedicht hier. Sei gegrüßt, oh Kreuz, Siegesholz, wahre Erlösung der Welt. Hallo? Werden wir durch das Kreuz erlöst, durch ein Symbol, ein Holztee, oder werden wir erlöst durch unseren Herrn Jesus Christus, durch unseren Glauben an ihn und durch seine Gnade, dass durch seine Gnade und wir durch den Glauben an ihn erlöst werden, von den Sünden dieser Welt, wie er für uns sein Blut verschüttet hat an diesem Kreuze? Es geht um das Blut, das Jesus Christus verschüttet hat am Kreuz und nicht darüber, dass es ein Kreuz war. Nun ist es möglich, dass jemand, der den Evangeliumsbericht von der Kreuzigung liest, glauben könnte, dass dieser Bericht von selbst je zu einer solchen Überspanntheit von Blatt, Blüte und Knospe aufkeimen könnte, wie es in diesem katholischen Offizium vorkommt? Bedenkt man aber, dass das buddhistische Kreuz, wie das babylonische, das bekannte Wahrzeichen von Tammuz war, der als Mistelzweig oder Allheilmittel bekannt war, So kann man leicht verstehen, weshalb die heilige Initiale mit Blättern bedeckt dargestellt wurde und von Rom, das sie übernahm, bezeichnet wurde als, Zitat, Medizin, die die Gesunden erhält, die Kranken heilt und tut, was rein menschliche Kraft allein niemals tun könnte. Ende Zitat Dieses heidnische Symbol scheint sich nun zuerst in die christliche Gemeinde in Ägypten und allgemein in Afrika eingeschlichen zu haben. Eine Aussage Tertullians um die Mitte des dritten Jahrhunderts zeigt, wie sehr zu jener Zeit die Gemeinde von Carthago mit dem alten Sauerteig infiziert war. Besonders Ägypten, das nie gründlich evangelisiert wurde, scheint allen voran dieses heidnische Symbol hereingebracht zu haben. Die erste Form des sogenannten christlichen Kreuzes, dort auf christlichen Denkmälern gefunden, ist das unzweifelhafte heidnische Tau oder ägyptische Lebenszeichen. Lesen wir einmal sorgfältig folgende Aussage von Sir G. Wilkinson, Zitat, Bezüglich dieses hieroglyphischen Zeichens, also des Tau, soll eine noch seltsamere Tatsache erwähnt werden, nämlich, dass die frühen Christen Ägyptens es anstelle des Kreuzes übernahmen, das es später ersetzte, indem es den Inschriften in der gleichen Weise vorangestellt wurde, wie das Kreuz zu späteren Zeiten. Denn obwohl Dr. Young einige Bedenken hatte, der Aussage von Sir A. Edmondson zu glauben, dass es diese Stellung in den Grabmälern der großen Oase einnimmt, kann ich bezeugen, dass dies der Fall ist und dass zahlreiche mit den Tau überschriebene Inschriften bis zum heutigen Tag auf frühchristlichen Denkmälern erhalten sind. Ende Zitat. Die Tendenz dieser Aussage ist offensichtlich die, dass in Ägypten die früheste Form dessen, was seitdem als das Kreuz bezeichnet wurde, nichts anderes war als die Krux an Santa, das Lebenszeichen, das Osiris und alle ägyptischen Götter trugen. Später kam man ohne Ansar, also Griff, aus und es wurde zum einfachen Tau, dem gewöhnlichen Kreuz, wie es heute zu sehen ist. Und die Absicht seiner ursprünglichen Verwendung auf den Gräbern konnte daher keinen Bezug zu der Kreuzigung des Nazareners haben, sondern war lediglich das Ergebnis der Bindung an alte und lange Zeit gehegte heidnische Symbole, die immer in denen stark ist, die nach der Annahme des christlichen Namens und Bekenntnisses immer noch in großem Maße in Herz und Gefühl heidnisch sind. Dies und dies allein ist der Ursprung der Verehrung des Kreuzes. Wie gesagt, nicht, dass dem Kreuz gebührt Verehrung, sondern demjenigen, der daran geschlagen wurde und der Tat, die er damit vollbrachte. Zweifellos wird all dies denjenigen, die die Kirchengeschichte durch die römische Brille sehen, wie es selbst unter den Protestanten die meisten weitgehend tun, Dankeschön an Vatikan II und die ökumenische Bewegung, seitdem, dass die Protestanten unter die Fittiche der römisch-katholischen Kirche zurückgekehrt sind, sehr eigenartig und sehr unglaublich erscheinen, besonders aber denjenigen, die sich an die berühmte Geschichte erinnern, wie Konstantin auf wundersame Weise das Kreuz am Tag vor dem entscheidenden Sieg an der Milvischen Brücke erschien, der das Schicksal des bekennenden Heidentums und des Namenchristentums besiegelte. Diese allgemein erzählte Geschichte würde, wenn sie wahr wäre, sicherlich eine göttliche Zustimmung zu der Verehrung des Kreuzes erteilen. Prüft man sie jedoch gründlich, immer alles prüfen auf Basis der Bibel, so stellt sich heraus, dass diese Geschichte in ihrer geläufigen Version auf einer Täuschung basiert. Einer Täuschung, auf die auch ein so guter Mann wie Milner hereinfiel. Milners Bericht lautet, Zitat, Konstantin, der in einem Feldzug von Frankreich nach Italien gegen Maxentius marschierte, der ihn wohl entweder erhöhen oder ins Verderben stürzen würde, wurde von Angst niedergedrückt. Er glaubte, es sei hilfreich, einen Gott zu haben, der ihn beschützte. Am meisten war er geneigt, den Gott der Christen zu achten, aber er wollte einen befriedigenden Beweis seiner wirklichen Existenz und Macht und weder wusste er, wie er diesen erwerben konnte, noch konnte er mit der atheistischen Gleichgültigkeit zufrieden sein, die so viele Feldherren und Helden seit seiner Zeit hingenommen haben. Er betete, flehte so heftig und zudringlich, und Gott ließ ihn nicht ohne Antwort. Während er mit seinen Truppen am Nachmittag marschierte, erschien das Siegeszeichen des Kreuzes, sehr leuchtend am Himmel, heller als die Sonne, mit der Endschrift, Zitat, hier durch Siege, Ende Zitat. Da kommen wir später noch drauf zurück, in Hock Signo Vinces. Er und seine Soldaten waren bei dem Anblick überrascht, aber er dachte bis zum Abend weiter über das Ereignis nach. Und Christus erschien ihm, als er schlief, mit demselben Zeichen des Kreuzes und wies ihn an, das Symbol als sein militärisches Feldzeichen zu verwenden. Ende Zitat. Soweit die Aussage Milners. Nun zu dem Siegeszeichen des Kreuzes. Einige wenige Worte werden ausreichen, um zu zeigen, dass dies äußerst unbegründet ist. Und wir sprechen hier natürlich aufgrund der Bibel. Ich will ja jetzt nichts vorwegnehmen, aber es ist unbegründet, wenn man die Heilige Schrift kennt. Ich halte es nicht für nötig, sagt Alexander, über die Tatsache zu streiten, dass ein wunderhaftes Zeichen gegeben wurde. Es mag bei dieser Gelegenheit ein Dignus Vindice Notus, eine der göttlichen Eingriffs würdige Krise gegeben haben, oder nicht. Ich frage nicht danach, ob es etwas außerhalb des gewöhnlichen Laufs der Dinge gab. Doch was ich sage, ist, dass es vorausgesetzt, dass Konstantin in dieser Angelegenheit in gutem Glauben handelte und dass es tatsächlich eine wundersame Erscheinung am Himmel gab, nicht das Zeichen des Kreuzes war, das gesehen wurde, sondern etwas ganz anderes, nämlich der Name Christi. Dafür haben wir einmal das Zeugnis von Lactantius, der der Hauslehrer von Crispus war, dem Sohn Konstantins, der früheste Autor, der irgendeinen Bericht über die Sache liefert, und zum anderen den unbestreitbaren Beweis der Standarten Konstantins, wie sie uns auf damals geprägten Medaillen erhalten geblieben sind. Das Zeugnis von Lactantius ist ganz entscheidend. Zitat Ende Zitat Nun, der Buchstabe X war lediglich der Anfangsbuchstabe des Namens Christi, der im Griechischen dem CH entsprach. Wenn also Konstantin tat, wie ihm geboten wurde und das himmlische Zeichen Gottes in Gestalt des Buchstabens X machte, so war es dieser Buchstabe X als Symbol für Christus und nicht das Zeichen des Kreuzes, das er im Himmel sah. Wir haben den Beweis von Ambrosius, dem bekannten Bischof von Milano, dass das Labarum, die sehr berühmte, eigens sogenannte Standarte Konstantins, nach eben dem Prinzip gestaltet wurde, das in der Aussage des Lactantius enthalten ist, nämlich einfach den Namen des Erlösers darzustellen. Er nennt das Labarum hoc est Christi sacratum nomines signum. Das heißt, das Labarum, das ist das durch den Namen Christi geweihte Feldzeichen. Auch hier gehen wir nochmal eben in eine Fußnote von Alexander hinein. Der Brief des Ambrosius an den Kaiser Theodosius über den Vorschlag, den heidnischen Siegesaltar im römischen Senat zu restaurieren. Um das Thema Labarum hat es viel durcheinander gegeben, weil man die Bedeutung des Wortes nicht kannte. Brian nimmt an, und ich ließ mich früher selbst durch diese Annahme verleiten, sagt Alexander hier, dass es sich auf die Standarte mit dem Halbmond und dem Kreuz bezog. Doch liefert er für diese Annahme keine Beweise. Und ich bin jetzt überzeugt, dass auch keiner erbracht werden kann. Die Bezeichnung Labarum, von der man allgemein glaubt, dass sie aus dem Osten kommt, offenbart sofort ihre Bedeutung, behandelt man sie als orientalisches Wort. Offensichtlich kommt sie von Lab, Zittern, oder sich hin und her bewegen und Ar, aktiv sein. Also, Zittern und aktiv sein, so interpretiert, bezeichnet Labarum einfach ein Banner oder eine Flagge, die im Wind hin und her schwingt. Und dies stimmt auch völlig mit dem Ausdruck von Ambrosius überein. Zitat, ein durch den Namen Christi geweihtes Feldzeichen, was ein Banner meint. Eine Flagge. Nun, es befindet sich hier nicht die leiseste Anspielung auf irgendein Kreuz, auf irgendetwas anderes als auf den einfachen Namen Christi. Wir haben nun die Zeugnisse von Lactantius und Ambrosius und die Berichte beider Autoren finden sich völlig bestätigt, wenn wir die Standarte Konstantinus untersuchen. Auf dieser Standarte nämlich, auf der eben die Worte Hoc Signo Victor Eris stehen, das heißt, in diesem Zeichen wirst du Sieger sein, die vom Himmel an den Kaiser gerichtet worden sein sollen, findet sich ganz und gar nichts in Gestalt eines Kreuzes, sondern der Buchstabe X. In den römischen Katakomben gibt es auf einem christlichen Denkmal für Sinfonia und ihre Söhne eine deutliche Anspielung auf die Geschichte der Vision. Diese Anspielung zeigt ebenfalls, dass das X und nicht das Kreuz als das himmlische Zeichen betrachtet wurde. Die obersten Worte der Inschrift lauten In hoc signo vinces, was auf Deutsch heißt In diesem wirst du siegen. Hier wird überhaupt nichts anderes als das X, als das siegreiche Zeichen angegeben. Ohne Zweifel gibt es einige Beispiele von Konstantins Standarte, bei denen es einen Querbalken gibt, an welchem die Flagge hängt, das diesen Buchstaben X enthält. Und Eusebius, der zu einer Zeit schrieb, als Aberglaube und Abfall am Werk waren, bemüht sich sehr herauszustellen, dass dieser Querbalken das wesentliche Element des Feldzeichens Konstantins war. Doch dies ist offenkundig ein Fehler, denn dieser Querbalken war nichts Neues, nichts Besonderes an Konstantins Standarte. Tertullian zeigt, dass es diesen Querbalken lange vorher am Vexilum gab, der heidnisch-römischen Standarte, die eine Flagge trug, und er wurde einfach zu dem Zweck verwendet, die Flagge zu zeigen. Wenn aber dieser Querbalken das himmlische Zeichen war, so musste keine Stimme vom Himmel Konstantin anweisen, ihm es zu machen. Noch hätte das Herstellen oder Zeigen desselben irgendeine besondere Aufmerksamkeit bei denen erregt, die ihn sahen. Es gibt überhaupt keinen Beweis, dass die berühmte Erklärung in diesem Siege irgendeinen Bezug auf diesen Querbalken hat, jedoch gibt es höchst unbeirrbare Beweise dafür, dass sich diese Erklärung auf das X bezieht. Dass nun dieses X nicht das Zeichen des Kreuzes sein sollte, sondern der Anfangsbuchstabe des Namen Christi geht daraus hervor, dass das griechische P, das in unserem R entspricht, in dessen Mitte eingefügt wird, so dass sie durch ihre Verbindung C-H-R ergeben. Wer möchte, überzeuge sich davon durch eine Untersuchung der in Horei Apokalyptice von E.B. Eliot abgebildeten Tafeln. Das Werk Horei Apokalyptice wird auf Englisch gelesen von Nicholas Arthur in First Amendment Radio. Ich habe die Videos jetzt gestern mal nachgeschaut und nicht gefunden, aber ich habe sie damals geschaut, also irgendwo würde er das wohl haben. Ein fantastisches Werk über die Apokalypte oder die Offenbarung im Grunde. Horei Apokalyptice von E.B. Eliot gibt es aber nur in Englisch. Das muss ich dazu sagen. Ich habe es gesucht, gibt es nicht in Deutsch. Nun, die Standarte Konstantins war also nur der Name Christi. Ob nun die Erfindung von der Erde oder vom Himmel kam, ob sie menschlicher oder göttlicher Weisheit entsprang, vorausgesetzt Konstantin war in seinem christlichen Bekenntnis aufrichtig, hallo, da werden wir gleich noch tiefer drüber hineingehen, und das ist eben der wichtige Punkt, vorausgesetzt Konstantin war in seinem christlichen Bekenntnis aufrichtig, nicht zu vergessen, er war ja ein heidnischer, römischer Kaiser, So war damit nichts anderes gemeint als eine buchstäbliche Ausdrucksweise der Empfindung des Psalmisten, Zitat, Im Namen des Herrn erheben wir unser Banner, Ende Zitat. Diesen Namen auf den Standarten des kaiserlichen Roms zur Schau zu stellen, war etwas völlig Neues, und es kann kaum Zweifel geben, dass der Anblick dieses Namens die christlichen Soldaten in Konstantins Heer mit weit mehr Feuer als gewöhnlich anspornte, an der milvischen Brücke zu kämpfen und damit im Grunde auch zu siegen. Aberglauben nenne ich sowas. Bei den obigen Ausführungen habe ich vorausgesetzt, dass Konstantin in gutem Glauben als Christ handelte, und genau das stellen wir eben jetzt in Frage. Sein guter Glaube jedoch wird in Frage gestellt, und ich habe auch meinen Verdacht, dass das X dazu da gewesen sein mag, eine Bedeutung für die Christen und eine andere für die Heiden zu haben. Esoterisch und exoterische Lehre wieder einmal. Es ist sicher, dass das X das Symbol des Gottes Hamm in Ägypten war und als solches auf der Brust seiner Statue dargestellt wurde. Welche Sichtweise man jedoch von Konstantins Aufrichtigkeit auch einzunehmen vermag, die angebliche göttliche Rechtfertigung, das Zeichen des Kreuzes zu verehren, wird völlig hinfällig. In Bezug auf das X kann es keinen Zweifel geben, dass es von den Christen, die nichts von den geheimen Plänen oder Absichten wussten, allgemein als gleichbedeutend mit dem Namen Christus betrachtet wurde, wie Lactantius erklärt. In dieser Hinsicht hatte es daher für die Heiden keinen besonderen großen Reiz, keinen besonders großen Reiz, die selbst bei der Verehrung des Horos immer daran gewöhnt gewesen waren, das mystische Tau oder Kreuz zu verwenden, das Lebenszeichen oder das magische Zaubermittel, das alles Gute gewährleistete und alles Böse abwehrte. Als somit Scharen von Heiden bei der Bekehrung Konstantins in die Kirche strömten, wie die Halbheiten Ägyptens, brachten sie auch ihre Vorliebe für das alte Symbol mit. Die Folge war, dass in dem Maße, wie der Abfall fortschritt, nach nicht allzu langer Zeit zugelassen wurde, dass das X, das an sich kein unnatürliches Symbol für Christus, den wahren Messias war und eins als solches betrachtet wurde, völlig außer Gebrauch kam und das Tau, das Zeichen des Kreuzes, das unbestreitbare Zeichen für Tammuz, den falschen Messias, überall an seine Stelle gesetzt wurde. So wurde Christus durch das Zeichen des Kreuzes von Neuem von denen gekreuzigt, die bekennen, seine Jünger zu sein. Wenn nun all dies historische Tatsache ist, kann man sich dann auch wundern, dass das Zeichen des Kreuzes in der römischen Kirche immer und überall ein solches Mittel glatten Aberglaubens und Betrugs gewesen ist? Es gibt noch weitaus mehr in den Ritten und Zeremonien Roms, was man zur Erläuterung unseres Themas heranziehen könnte. Doch dies hier mag genügen. Nun, sind die obigen Ausführungen gut gegründet, kann es sicher nicht richtig sein, dass dieses Kreuzzeichen, das Wahrzeichen des Tammuz, bei der christlichen Taufe verwendet wird. Zur Zeit der Revolution empfahl eine königliche Kommission, die Riten und Zeremonien der englischen Staatskirche untersuchen sollte und zu der acht oder zehn Bischöfe zählten, in energischer Weise, dass die Verwendung des Kreuzes beiseite gelassen werden sollte, da es zum Aberglauben führte. Wenn eine solche Empfehlung damals gegeben wurde, noch dazu mit einer Autorität, wie sie die Glieder der englischen Staatskirche achten müssen, wie sehr sollte diese Empfehlung dann, durch das neue Licht, das die göttliche Vorsehung auf das Thema wirft, Folge geleistet werden? Und ich schließe dieses Kapitel jetzt nochmal ab, mit einem kleinen Kommentar. Dass Konstantin ein Christ war, ist eine Lüge. Dass Konstantin dafür sorgte, dass der Abfall am stärksten in die Kirche hereinkam, ist historische Wahrheit. Im Jahr 321 n. Chr. hat Konstantin das Sonntagsgesetz erlassen, wo er alle Städter nicht nur aufforderte, sondern sogar verpflichtete, ihre Huldigung an Gott von dem siebten Tag, dem biblischen Sabbat, zu übertragen auf den ersten Tag der Woche, den Sonntag. Das könnt ihr gerne überall nachlesen. Konstantin war also kein Christ, sondern ein Heide. Nur davor hatten wir die Jahre zwischen 303 und 313. Und da rate ich jedem an, das Buch der Offenbarung zu lesen, in dem diese 10 Tage, wie sie dort beschrieben werden, ein Tag für ein Jahr in biblischer Prophezeiung, 10 Jahre zwischen 303 und 313 für eine der schlimmsten christlichen Verfolgungen in der Geschichte sorgten. Aber trotzdem war es so, dass wenn man 100 niederschlug, 1000 aufstanden. Wenn man 1000 niederschlug, 10.000 aufstanden. Das Wort Gottes war nicht mit dem Schwert, und mit dem Schwert meine ich jetzt diesen Metallgegenstand, das Tötungsschwert, damit war das Christentum nicht zu besiegen. Je mehr man tötete, desto mehr standen auf. Also musste die Kirche, die apostolische Kirche, der wahre Glaube an Christus, infiltriert werden. Man musste das Heilige mit dem Unheiligen mischen. Man musste dafür sorgen, dass die heidnischen Rituale einen christlichen Mantel übergeworfen bekamen. Und genau das hat Konstantin damals getan. Und für jeden, der das bezweifelt, dem gebe ich nochmal eben die Worte mit. Glaubt ihr wirklich, dass Jesus Christus, der Erlöser dieser Welt, der nichts als Frieden und Liebe gepredigt hat und gesagt hat, dass man nicht töten soll, tatsächlich in einer Vision einem Heiden erscheint und sagt, in diesen Zeichen erobere, mit anderen Worten töte, dass Christus auf einmal sagt, von töten ist in Ordnung, geschieht ja in meinem Namen. Alleine das sollte bei jedem bibelgläubigen Christen schon mal ganz starke Fragezeichen aufwerfen, über die Richtigkeit dieser Vision Konstantins. Aber wie gesagt, lest das sonst nochmal ruhig selber und dann werdet ihr ja sehen, wie falsch diese Lehre ist, die hier gelehrt wurde und gelehrt wird durch die römisch-katholische Kirche. Und wie gesagt, wir haben deutlich genug bewiesen in dieser Lesung, dass das Kreuz schon 1500 Jahre bevor Christus auf unsere Erde kam, als Gott diese Erde bewandelte, das Kreuz bereits gebraucht wurde. Das hat also nichts mit dem Christentum zu tun. Nun, das Buch fährt weiter in Kapitel 6 Religiöse Stände und da wird es sehr interessant, weil ich habe natürlich zur Vorbereitung bereits vorgelesen, und aber das behalte ich mir dann für das nächste Video vor. Der erste Abschnitt in Religiöse Stände heißt Der oberste Pontifex. Wie gesagt, da wird es sehr interessant. Bis dahin, bis zur nächsten Lesung, danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen, Gott segne euch und behüte euch auf dem schmalen Pfad, der zur Erlösung führt. Jörg von Jogler 66, Hour of the Truth, Stunde der Wahrheit, meldet sich ab. Bis dann, Tschüss.